Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Das Analyse & Tale mit mir, Dust & Fitchhead. Weiter geht's jetzt hier wieder in der Hoffnung, dass ich nicht krepier. Ähm, ja. Mal schauen, ob wir hier diesen Lawinenberg hier überleben und den schaffen. So, den Schlüssel will ich jetzt aber trotzdem mal nochmal holen. Huh, Gott. Das war schon mal erfolgreich. Alles klar. So. Hui, das war jetzt aber knapp. Naja, so. Das haben wir. Genau, und hier müssen wir ja gerade aus hoch nach oben. Bam, bam, badum, 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 dass wir hier weiterkommen in Richtung Missionsziel. Da unten war ja nichts beim letzten Mal. Also wird diesmal auch nichts drin sein. Das war knapp. So, die holen wir gleich. Voraus ist jetzt, ich krepier jetzt hier nicht wieder. Boah, alles klar. So, jetzt machen wir jetzt mal den da. Ah, jetzt kommen wir ja hier nicht hin. Genau. Da war ja jetzt was. Ja. Also gut, auch so wieder komplett außenrum. Ah, der eine Schlüssel ist, was mir wert. Den da zu holen. Ah, scheiße. Huh. Naja, was soll's. Genau. Hier jetzt nach oben. Hä, was ist denn das da für ein Symbol? Ach ja. Stimmt, der Bürger hat ja einen Buff. Äh, dann machen wir jetzt hier wieder die Hot Dogs rein. Dämm, da-dämm, da-dämm. So, nochmal. Das Ganze. Gut. Genau. So. Alles klar. So, jetzt sind wir jetzt schon mal wieder hier. Dann haben wir noch die Lawine wieder abwarten und dann nach oben. Diesmal nicht nach links zum Schlüssel. Dum, 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 dum. So. Halt. Nein. So. Alles klar. Nein. So, jetzt können Sie mal gehen, geht nur nach links, kein Schatz, kein nichts. Nein. Nein, 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 nein. Okay, das ist hier die Dämmigen Viecher, die auch noch heute schon am besten da sind. Na ja. Na ja. Ha. So. Gut. das ist glaube ich runtergesprungen ja ist auch so hier war noch Hilfe okay den hat es zerrissen jetzt gleich auch oder auch nicht ich sehe nichts mehr oder wo auch schon das war nicht so ein Nein. Nein. Alter. Boah. Alter Verwalter. Scheiße. Gut hier werden laden. Ist ja nur die Frage wo der jetzt tatsächlich ist. Aufgefüllt. Bin schon mal gut. Jot. So. Äh. Ach Gott sei Dank das haben wir noch. Na ja. Sehr schön. Da ist so hundert Wurzeln da unten. Hilfe. Nein. Alter. Scheiße. Fuck. Okay also hier muss ich die Gegenehalle besiegen. Bullshit. Boah. Ist da nervig. Na ja. Hilft ja alles nichts. Muss ja. Ach so hat man jetzt mal einen Schlüssel vergessen oder? Doch mal den. Äh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ach ja. Kake kake kake. So. Jetzt will ich es einfach mal wissen. So. Genau. Jetzt machen wir jetzt einfach hier nochmal alles. Klieren. Und dann schauen wir hier weiter. Scheiße auf die anderen Gegner. Ist das mal davor? Boah. Ah. Die nerven ja. So. Detektivmantel. Aha. Oh. Wir sind jetzt gar nicht los. Und da warte mal runter kann ich ja theoretisch eh nicht. Ist ja hier festgepackt oder was? Ah jetzt. Jetzt ist sie draußen. Ne. Jut. Alles klar. So. Dann aufgefüllt. da bin ich fast wieder jetzt noch mal weiter dass wir das mal nicht hingehen so haben wir wieder eine sind die hier sind schade weg eine sanduhr und ich fast meine musik die da ja kurz wie schon mal verharren lassen an der stelle so wahrscheinlich war sie dort direkt hier wird aus dass ich hier alles nicht zu schneiden passiert gar nichts nö 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 was passiert tut ja irgendwie nix Hä? Nee, ne? Vielleicht so? Hä? Na ja, das ist ja nur so theoretisch hier irgendeine Zeit, die abläuft. Hm. Nö, hier passiert aber irgendwie nix. Naja. Na dann. Gehen wir es mal weiter. So, hier hoch, da hoch. Moment mal. Ach nee. Okay, alles klar. Da war nur das. Genau. So, wir haben noch schnell platt. Äh, schauen wir was wir hier, wa? Mann, 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 die Gerven. Okay, hier würde es dann gleich direkt weiter gehen. Schauen wir doch mal da hoch. Ah ja, alles klar. Hat sich erledigt. Machen wir nicht. Äh. Aha. Hehehe. Alles wieder hochgelacht. Okay. Okay. Okay, jetzt haben wir eine Schatztruhe. Aber machen wir hier unten auch schon die Gegner hier platt. Genau. Alles klar. Ja. So. Äh. Das ist klar. Bäm, 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 bäm. Alles klar. Bäm, bäm, bäm. Puh. Ja, hier ist nichts. Aha. Ein langer Weg, der einstürzt. Für uns ist auch nichts. So. Jetzt schon wieder so eine. Ich mach auch wieder platt. Die Nerven. Bäm, bäm, bäm. Da komm. So. Und Level Up. Nice. Machen wir auch noch gleich. Noch mal einen in Angriff. Ne, machen wir schon mal das hier. Au. Okay. Äh. Nein. Ach, scheiße. Ah, fuck. Das machen wir jetzt aber noch. Das machen wir jetzt noch. Oh, shit. Ja, aber da war ja nur die Schatztruhe. Ja, da war ja nur die Schatztruhe. Da war ja nur die Schatztruhe. Das machen wir jetzt noch mal. Okay. 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 gut ach genau der Schlüssel wieder so fast gut passt alle weg auch noch nicht na komm sterb danke naja so das hier mal kurz noch mal wieder so ja gut nein hä so ich will wieder die einiger weg wobei ich glaube die andere dann die zweite dahinter wenn wir die andere machen einfach so ist und sicher ist gut ja 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 Äh, okay. Oh, druckst du passen, na? Hier ist der Schlüssel. Nein. Hä? Woher muss ich denn da? Ach, da hoch. Oder was? Wohl ja, ne? Nein. Oh, Mann. Hä? Scheiße. So, jetzt aber. Äh, genau. Und wir dich anpeilen. Ich mach hier diese Stachelkacke nicht. Hä? Wusst. Hier wird aller geht's. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Mann. Nicht wieder so ein Kack. Okay, da wird eine Schatztruhe. Hä? Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich mag sowas überhaupt nicht. Aha. 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 Bitte lass hier den Speicherpunkt sein. Okay, ne. Nein, 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 nein. Muss ich jetzt da echt hier? Da hoch, oder what? Äh, geht's mal mit dem so hoch. Oh, ich steppe. Äh, kommt das hin? Stimmt das? Oh, ich stecke das hin. Oh, level up. Nice. Oh, das habe ich jetzt gehofft. Nein. Oh, was? Nein. Genau. Schatztruhe, völlig egal. Weiter. Ach ja, da war ja was. Das hier. Hä? Äh. Langsam. Gut. Schneller, schneller, schneller. Ach, das war es schon. Okay. So, hier gibt es auch noch einen Speicherpunkt. So, oder? Gut. So. Oh nein. Moment, haben wir hier irgendwas? Ah ja, hier bin ich hier aber noch. Ah. Scheiße. Mann. Hä? Oh, Mann. Fuck. Ja, gut, liebe Leute. Ein bisschen weiter sind wir da gekommen. Aber an dieser Stelle höre ich euch ja nochmal auf. Sag mal, vielen Dank, wie gesagt, für das Zuschauen. Genau, das machen wir jetzt trotzdem mal noch kurz. So. Und beim nächsten Mal geht es hier dann direkt weiter in der Hoffnung, dass wir mal endlich diesen scheiß Berg da besiegen. Und, mal gucken wir uns jetzt, äh, mal gucken wir nochmal. Okay. Wir sind ja direkt fast in der Nähe des Ziels. Ja, wünsche euch was. Ne? Haut rein, bis zum nächsten. Servus.